Wo finde ich eigentlich interessante Leute? Jetzt bist du im Netz und jetzt sagst du dir, wo finde ich eigentlich interessante Leute? Wie komme ich zu meinen ersten Kontakten? Wie knüpfe ich die überhaupt? Wo sind die Leute? Die beste Möglichkeit, halt interessante Leute zu finden, ist die zu googeln. Welche Experten gibt es eigentlich im Markt, die mich interessieren könnten? Ich könnte einen Video-Experten suchen, ich könnte einen Start-up-Experten suchen, ich könnte einen Social-Media-Experten suchen, der mir halt so langsam aber sicher mich in die sozialen Netzwerke oder die Start-up-Welt oder Video-Welt reinholt. Dann gucke ich mir die ersten 10 bis 20 Seiten bei Google an, wen gibt es denn schon? Und denen folge ich dann einfach mal. Wichtig dabei ist, dass die meisten Experten haben ja schon genug Freunde, da muss man Signale senden. Signale wie, ich habe gelesen, was du geschrieben hast, das finde ich interessant. Kann sofort halt gehört werden oder man twittert sie neu und retweetet sie und schreibt was Interessantes dazu oder spricht sie persönlich an über die sozialen Netzwerke. Dann kommt da direkt der Kontakt. Das heißt also, man kann eigentlich jeden Menschen ansprechen und kennenlernen, wenn man die richtige Strategie entwickelt der persönlichen sozialen Media-Ansprache. Und das habe ich halt persönlich für mich festgestellt, dass es funktioniert. Und langfristig ist es so, je mehr tolle Inhalte ich persönlich investiere und integriere in Social Media, desto mehr kommen Leute halt, die mich dann kennenlernen wollen. Das ist eine viel bessere Investition. Und so sehe ich das halt sehr intensiv. Das heißt so hingehen und versuchen halt maximal geile Inhalte zu produzieren, die unterhaltend sind, die informativ sind, die die Leute interessieren könnten. Dann kommen die Menschen sowieso automatisch. Das passt ganz gut. Jetzt meine Anschlussfrage. Wie werde ich bekannt? Du hast schon ein bisschen geantwortet, indem ich selber etwas reingebe, was für andere vielleicht interessant ist. Kannst du das mal näher beschreiben, was das sein kann? Bekannt zu werden bedeutet ja auch gleichzeitig, dass ich halt irgendwas Tolles mache. Sonst wird man ja nicht bekannt. Also ob ich jetzt gut Fußball spiele, ob ich ein tolles Buch geschrieben habe oder halt ein Museumsexperte bin, der halt über die ganzen neuen Skulpturen und Kunstmuseensachen schreiben. Es ist ja immer eine Sache halt, wie viel gebe ich an Wissen preis. Sonst geht es ja nicht. Als Fußballspieler muss ich ja auch irgendwie mein Talent, mein Wissen preisgeben und zeigen, dass ich es kann, dass ich halt alles beherrsche. Dann ist man auch ein guter Fußballspieler. So ist es auch jemand, der Social Media macht. Das heißt also, ich muss es schaffen, dass die Menschen das, was ich da poste und was ich da mitteile, als spannend empfinden. Das könnten visionäre Themen sein, das könnten Sachen sein, die ich halt gut zusammenfasse von anderen, wie zum Beispiel eine Buchzusammenfassung oder ich war auf einer Konferenz und schreibe, wie toll es auf der Konferenz war und Ähnliches. Wenn ich das dann habe, muss ich das posten. Da kommt es halt genau darauf an, wie ich es poste. Wie packe ich das in die sozialen Netzwerke? Was schreibe ich da für einen Text davor? Wie erkläre ich das? Wieso mich das Thema interessiert? Es muss wahrhaftig sein. Und ganz, ganz wichtig ist es langfristig authentisch. Ich weiß, dass es nicht sofort von Anfang an funktioniert, authentisch zu sein, weil man auf so viele Dinge achten muss. Aber langfristig muss es das Ziel sein. Ich muss mich da wiedersehen. Ich muss mich da wiedererkennen. Und die Menschen, die mich da halt lesen, müssen genau das empfinden, wie ich bin, wie ich dann halt rede, wie ich normalerweise bin. Ja, dann hat man perfekte Social Media gemacht. Und dann kann es eigentlich gar nicht mehr schieflaufen.